Du hast Spaß daran kreativ zu sein? Dann bist du bei Glitter.de genau richtig. Im folgenden Video siehst du ein paar Kniffe zum Thema Basteln. Das Blatt vor dir liegt mit den langen Seiten oben und unten. Falte das Blatt einmal der Länge nach in der Mitte. Anschließend werden die rechte obere und die linke obere Ecke in die Mitte gefaltet, sodass eine Spitze entsteht. Musik Musik Danach faltest du die unten überstehende Kante nach oben. Wendest du das Blatt und machst dasselbe noch einmal. Musik Die Ecken, die links und rechts noch überstehen, faltest du jeweils über die dazugehörige Kante. Musik Wenn du das Blatt nun öffnest, erhältst du einen Papierhut. Musik Dieser Papierhut ist die Grundlage für viele weitere Papierhüte. Musik 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 Musik